Der Radweg bei Mertesdorf. Hier startete am 4. Mai der 13. Ruwer-Riesling-Lauf. Das Highlight des Events? Der 10km Hauptlauf. Dieser fließt in die Wertung des Bitburger 0,0 Läufercups 2019 mit ein. Ich bin Isabel und ich laufe heute zum ersten Mal hier in Mertesdorf mit. Ich bin andere Bitkop-Läufe schon mitgelaufen, auch letztes Jahr schon. Und dieses Jahr in Mertesdorf ist das erste Mal für mich. Pünktlich um 17 Uhr befinden sich alle 360 Läufer in Position. Dann erfolgt der Startschuss für den Bitburger 0,0 Hauptlauf. Jetzt geht's los. Wie jedes Jahr führt der Lauf seine Teilnehmer durch die Orte Kasel und Waldrach. Doch das sonst so schöne Ruvertal wird diesmal zur echten Herausforderung für die Läufer. Unvorhersehbare Wetterkapriolen beherrschen das Rennen. Jetzt ist Durchhaltevermögen gefragt. Bei den Männern kann in diesem Jahr Martin Müller vom LG Meulenwold Föhren den Lauf für sich entscheiden. Natürlich hätte ich nicht gedacht, dass ich heute hier gewinne. Heute Morgen auch nicht so gut gefühlt für diesen Lauf. Muss ich auch ganz offen sagen. Dass ich dann noch eine 32,40 heute hier raushaue, das hätte ich niemals zu träumen lassen. Viola Pulvermacher vom LG Lacher See glänzt bei den Frauen mit einer Zeit von 38 Minuten und 23 Sekunden. Dann kam noch der Hagel und das hat natürlich die Zeit gedrückt. Ich habe mit einer viel besseren Zeit gerechnet, aber am Ende war ich wirklich jetzt richtig zufrieden. Nach dem anstrengenden Lauf gibt es für alle Läufer ein isotonisches Bitburger 0,0. Insgesamt wurden heute 3600 Kilometer gelaufen. Bitburger 0,0. So gut kann Erfrischung schmecken.